Mitarbeitermotivation ist etwas Faszinierendes. Genau dann, wenn es echt und natürlich daherkommt und wenn man weiss, was motiviert Mitarbeiter und was wirkt total kontraproduktiv. Die drei besten Tipps in diesem Video. Und oft, es ist sehr gut gemeint, diese zwei Dinge wirken total kontraproduktiv. Zum Beispiel die typischen Jahresgespräche. Komplett kontraproduktiv. Und wenn Führungsleute oder Unternehmer, Unternehmerinnen so alte Werkzeuge auspacken, wie zum Beispiel Zuckerbrot und Peitsche, zuerst Lob verteilen und dann Druck machen, mehr verkaufen in kürzerer Zeit, was ist denn los, da muss mehr und so weiter. Das sind so alte Werkzeuge, die könnten wir langsam auf die Seite legen. Das heisst typische Mitarbeitergespräche, komplett kontraproduktiv. Und der zweite Punkt, oft gut gemeint, wirkt aber sehr oft komplett kontraproduktiv, sind typische Prämien oder Provisionen. Man will die Mitarbeiter teilhaben lassen. Sehr gut gemeint. Was passiert? Die Motivation steigt. Die ersten zwei Wochen, drei Wochen, dreieinhalb Wochen, vier Wochen, vier Wochen und zwei Tage vielleicht. Und dann ist alles wieder normal. An Geld gewöhnt man sich schnell. Das ist auch gut. Ja, das ist in Ordnung so. Nur, nächstes Jahr wäre es halt dann wieder an der Zeit. Eine Provision, eine Prämie, wenn geht, noch ein bisschen höher, noch ein bisschen mehr auszuzahlen. Ist es dann möglich, ja oder nein? Wenn es nicht möglich ist, dann sinkt natürlich die Stimmung. Logisch, ganz klar. Es gibt weit bessere und kreativere Möglichkeiten, den Mitarbeiter am Unternehmen teilhaben lassen, ohne dass man ihn jetzt beteiligt, aber nicht die typischen Provisionen oder Prämien benutzt. Es gibt gute Möglichkeiten. Die drei besten und wirkungsvollsten Motivationspunkte in jedem Team. Der erste Punkt ist Verantwortung. Der Mensch möchte Verantwortung, auch wenn es oft nicht so aussieht. Die Menschen leben auf, werden stärker, entwickeln sich durch Verantwortung. Jetzt gibt es ja unterschiedliche Menschen im Unternehmen. Die einen sind richtige Rennpferde, die geben Gas, schauen über den Tellerrand hinaus. Da kann man mehr Verantwortung platzieren. Und andere Mitarbeiter bekommen halt Verantwortung für einen kleineren Radius. Verantwortung motiviert am allerallermeisten. Der zweite Punkt ist ehrliche, authentische Wertschätzung und Anerkennung. Die muss wirklich ehrlich kommen. Es gibt so Führungsleute, die haben ihr auf ihrer To-Do-Liste am Dienstag Anerkennung, Wertschätzung verteilen. Sowas geht gar nicht. Es muss ehrlich und authentisch sein. Und genau dann, wenn es eben passt. Wie zum Beispiel, hey, ich bin echt froh, dass du da bist. Hey, deinen Job machst du echt super. Oder wie fröhlich, dass du bist. Echt schön zu sehen. Also sowas stärkt Mitarbeiter ungemein. Also sowas als Führungskraft nicht nur denken, sondern auch sagen. Natürlich müssen Führungskräfte selber in einem Bewusstsein der Fülle leben. Denn sonst kann ich ja keine Wertschätzung und Anerkennung verteilen. Wenn ich permanent im Mangel bin und sage, das fehlt noch, das ist nicht gut, da hast du was falsch gemacht. Und wenn es mir als Führungskraft gut geht, dann kann ich Wertschätzung und Anerkennung verteilen. Das ist ein kleiner Pferdefuß. Allerdings doch der zweitwichtigste Punkt. Anerkennung und Wertschätzung. Es gibt Unternehmen, Kunden von mir, da sagen die Mitarbeiter selber, in diesem Unternehmen ist es echt cool zu arbeiten. Denn diese Wertschätzungskultur, die hier stattfindet, die habe ich nicht mal zu Hause. Wahnsinn, oder? Erster Punkt, Verantwortung. Zweiter Punkt, Wertschätzung, Anerkennung. Und der dritte Punkt, wer seine Mitarbeiter mit Erdnüssen bezahlt, muss sich nicht wundern, wenn er von lauter Affen umgeben ist. Ja, dieser Satz sagt eigentlich alles. Natürlich, die Kohle, das Geld ist auch wichtig. Ganz klar. Und wenn du Hilfe brauchst, schreib mir gerne. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis bald. Viertel Servus.